Ich bedanke mich für die Einladung und ich möchte gerne versuchen, ein bisschen rüber zu bringen, wie wir in der Vergangenheit unsere Tagungen gestaltet haben. Und ich möchte auch einen Ausblick geben auf die Zukunft und da ist mir das Feedback vom Publikum wichtig. Wir haben wie alle anderen Tagungen auch das Problem, dass wir überaltern. Wir haben kaum junge Sternfreunde, die zu unseren Tagungen kommen. Und wir möchten das gerne versuchen zu verändern und dazu bräuchte ich eben dann nachher Feedback, was sich die jüngere Generation wünscht, wie eine Tagung abläuft, damit sie zu unseren Tagungen kommen. So, jetzt möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen, wie es bei uns in der Vergangenheit war. Die VDS dürfte Ihnen ein Begriff sein. Die Vereinigung der Sternfreunde ist die Dachorganisation aller Amateurastronomen hier in Deutschland. Und unter dieser Dachorganisation gibt es sehr viele verschiedene Fachgruppen, unter anderem die Fachgruppe der Planetenbeobachter. Und diese Fachgruppe macht seit inzwischen 34 Jahren Tagungen. Vor vielen Jahren wurde noch per Schneckenpost dazu eingeladen. Da hat man die Briefe vervielfältigt, mit der Post verschickt und Ergebnisse wurden hauptsächlich in Form von Zeichnungen präsentiert. Irgendwann kam dann die Fotografie und man hat Dias gezeigt, man hat Super-8-Filme gezeigt. Und vor etwa 15 Jahren setzte dann die digitale Revolution ein. Man hat mit Digitalkameras gefilmt, mit Videokameras. Die hat man irgendwie mit Tesaband, Spratzband am Okular befestigt und hat dann Okularprojektion betrieben. Die Planeten sind hell genug, dass man da Ergebnisse kriegt. Die Ergebnisse waren verrauscht, verwackelt. Und das hat dann Amateure dazu bewogen, Programme zu schreiben, damit man aus diesen verrauschten Videos vernünftige Planetenbilder produzieren kann. Man hat dazu das Lucky Imaging verwendet. Man hat also geguckt, aus dem Videostrom rausgefischt, die scharfen, unverzerrten Bilder. Und da war Giotto eines der Programme, die da lange Zeit sehr erfolgreich waren. Giotto wurde entwickelt von einem ehemaligen Organisator und Teilnehmer von dieser Planetentagung, von Georg Dittier. Inzwischen gibt es andere Programme, die das machen. Zum Beispiel Autostaggert ist heute mit Multipoint Alignment der Renner in der Planetenfotografie. Wir haben in unseren Tagungen aber nicht nur Planeten fotografiert. Wir haben auch Bedeckungskurven aufgenommen von Kleinplaneten, die Sterne bedeckt haben oder Planeten, die Kleinplaneten bedeckt haben. Selbst Exoplaneten kann man heute als Amateur aufnehmen. Sie sehen hier so eine Kurve. Hier sieht man den Lichteinbruch und diese Kurve dann etwas höher aufgelöst. Zu Beginn fanden noch viele Präsentationen an der Wand statt mit Papier. Aber im Laufe der Zeit wurde dann immer mehr Digitaltechnik eingesetzt. Hier ist hier auch ein Teilnehmer, Otto Farrago, der Sternbedeckungen macht. Das Ziel von unserer Tagung ist es, astronomisches Wissen zu verbreiten und Kontakte zu anderen Amateuren zu knüpfen, neue Techniken auszuprobieren und Anregungen für weitere Beobachtungen zu geben und dabei Spaß zu haben. Also wir sehen das nicht bierernst, das ist keine Wissenschaftstagung von Nerds, die völlig ohne Spaß und verklemmt hinter dem Teleskop hängen, sondern wir machen das ja alle in unserer Freizeit und wir machen das, weil es uns irgendwas gibt, weil es uns von den Emotionen her anspricht, weil es uns Spaß macht. Und deshalb soll auch die Tagung Spaß machen. Einige von den Teilnehmern oder etliche der Teilnehmer kommen schon sehr viele Jahre zu den Tagungen und berichten aus ihrer Praxis. Da kann man dann von Jahr zu Jahr sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Und für Neueinsteiger bietet die Tagung eben die Möglichkeit, man hat die 10 oder 20 Planetenspezialisten, die es bei uns in Deutschland gibt, die hat man auf einem Fleck, kann sich denjenigen krallen und kann ganz intensiv irgendwelche Fragen im direkten Zwiegespräch klären. Das funktioniert wesentlich besser und schneller wie per E-Mail oder über die Internetforen. Und man kann so als Einsteiger von der Erfahrung von den alten Hasen profitieren. Es geht nicht nur um Planeten. Unsere Teilnehmer zeigen auch mal ein bisschen was abseits der Planeten. Hier zum Beispiel Schnappschüsse von der ISS mit dem Dobsen und einer Planetenkamera dran, von Hand nachgeführt. Also ich war völlig platt, wie ich diese Bilder gesehen habe. Diese Tagung fand früher lange, lange Zeit im Bruder-Klaus-Heim statt, in Violau. War auch als Violauer Planetentagung bekannt. Dort hatte die Tagung einen sehr familiären Charakter und auch urlaubsmäßigen Charakter. Das war ein großes Haus. Die Teilnehmer sind mit der ganzen Familie angereist, mit Mann und Maus oder Frau und Kind und Hund. Und man hatte das ganze lange Pfingstwochenende Zeit, Freitags Anreise, Pfingstmontag, dann die Abreise. Und während die interessierten Teilnehmer sich astronomisch weitergebildet haben, hat der Rest der Familie Urlaub gemacht. Denn das Haus ist weitläufig, bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Man hat Ausflüge gemacht zu interessanten Orten in der Umgebung. Es gab immer ein Festbuffet mit Blasmusik, nächtliche Beobachtungen von der Dachterrasse aus, wenn es das Wetter mitgemacht hat. Ein Pfingstgottesdienst für den, der wollte, abendliches Kegeln und viele andere Freizeitaktivitäten haben zu dem Zeitpunkt das Tagungsprogramm abgerundet. So sah unser Vortragsraum aus. Laptops auf den Tischen waren zu Beginn, Anfang 2000, noch sehr selten. Ich bin da also seit 15 Jahren ungefähr dabei. Am Anfang hatten ein, zwei Leute den Laptop dabei. Der Rest saß da, hat vielleicht mitgeschrieben. In den letzten Jahren sind immer mehr Laptops aufgetaucht. Langsam wurden die Steckdosen an den Wänden knapp. Der, der eine Dreifachsteckdose hat, war der King. Da haben sich dann alle drum geprügelt. War ganz ideal. Man konnte sich hinsetzen, hatte Strom, konnte den Vorträgen folgen und gleich hinterher ausprobieren, was man da jetzt an Neuem gesehen hat. Ein bisschen schlecht war die Licht- und Beleuchtungssituation. Man konnte nicht wirklich richtig gut abdunkeln. Es gab immer wieder Stellen, wo noch Licht durchkam. Aber man konnte damit leben. Hier auf dem Bild sehen wir gleich Daniel Fischer mit dem Mikrofon und Georg Dittier, dem Programmierer von Jotter. Der eine oder andere von Ihnen kennt Jotter vielleicht noch als Aufnahme- und Bildbearbeitungsprogramm. Also die zwei waren eigentlich bei jeder Tagung dabei. Herz und Seele. Ja, und hier sehen wir ein bisschen was von den abendlichen Aktivitäten. Also man hat nicht nur Planeten beobachtet und sich darüber unterhalten. Wir haben auch viel Freizeit miteinander verbracht. Und hier die Blaskapelle, die unseren Violaumarsch gespielt hat. Da hängen viele Erinnerungen dran. Da kommen auch Emotionen bei mir hoch. Aber das ist Geschichte. Es sind immer weniger Teilnehmer gewesen, die noch gekommen sind. Irgendwann hat es sich fürs Haus nicht mehr rentiert. Auch wenn es dort sehr, sehr schön war. Hier zum Beispiel ein Bild von unserem abendlichen Buffet. Oder Grillaktionen. Hier die Dachterrasse, von der aus man beobachten konnte. Auch die Ausflüge waren legendär. Wir haben im Umkreis alles, was irgendwie interessant war in den 20 Jahren, die dort die Tagungen stattgefunden haben, abgegrast. Manchmal haben wir auch jemanden vergessen. Der musste dann gucken, wie er wieder heimkommt. Dort in der Ecke hat es wunderschöne Barockkirchen. Und auch viele Burgen und sowas zum Angucken. Und jede Menge Planetarien, Sternwarten. Wir haben, wenn es ging, vom Wetter her auch immer Sonnebeobachtungen mit einbezogen. Und historische Instrumente angeguckt. Zwischen 2008 und 2011 war es dann so weit, dass die Bilder, die wir Amateure machen konnten, von der Qualität her so gut waren, dass wir uns getraut haben, bei internationalen Profitagungen unsere Amateurergebnisse vorzustellen. Wir haben kleinere Arbeitsgruppen gebildet, haben beim ESA-Express mitgemacht oder auch Kontakt bekommen zu den Betreibern vom Infrarotteleskop, vom KEK 2 auf Hawaii. Als Anthony Wesley, ein australischer Amateur, den Einschlag 2009 auf Jupiter gefilmt hat, beziehungsweise die Einschlagswolke hinterher gefilmt hat, wer konnte, hat mit dem Methanbandfilter sofort draufgehalten, hat den Hitzepilz festgestellt. Und dann gingen E-Mails nach Amerika, zur Heidi Hamel, vom KEK-Observatorium. Und auf der nächsten Tagung in Europa war dann die gesamte Mannschaft vom KEK-Teleskop da. Und Anthony Wesley aus Australien war zugeschaltet per Skype. Und ich hatte die Ehre, das dann, als die Verbindung zusammenbrach, vollfertig zu berichten, wie wir das beobachtet haben, welche Mittel wir verwendet haben. Und die Profis waren da also sehr erstaunt, ob der Auflösung, die wir mittlerweile hinkriegen, und da im Moment keine Raumsonde um den Jupiter kreist, waren die Profis sehr froh über die Aufnahmen, die wir Amateure geliefert haben. Und es gibt so weltweit etwa 150 Amateure, die die Heidi jederzeit anschreiben dürfen, du, ich habe was beobachtet, dreht doch mal bitte die Schüssel. Und dann dreht sie auch tatsächlich in der Zeit, die ihr persönlich zur Verfügung steht, die Schüssel und guckt mal nach. In den letzten zehn Jahren hat sich nämlich viel geändert. Wir hatten 1994 den Einschlag Schumacher-Levy 9. Und zu dem Zeitpunkt sind die Profis davon ausgegangen, dass so ein Einschlag auf Jupiter ja alle 500 oder alle 1000 Jahre stattfindet. Denn in den letzten 450 Jahren, in denen man Jupiter beobachtet hat, hat man so etwas noch nie gesehen. Daher war das für die Profis was Einmaliges. So, und jetzt sind in den letzten fünf Jahren viermal Amateure gekommen und haben den Profis gesagt, hey, ihr habt es nicht gemerkt, aber hier sind die Aufnahmen. Es ist wieder was in den Jupiter reingekracht. Nicht ganz so spektakulär wie Schumacher-Levy 9, aber doch so spektakulär, dass man diese Einschlagswolke über mehrere Wochen, ja sogar Monate hinweg verfolgen konnte. Ich war mit in der Arbeitsgruppe drin, die am ESA-Projekt teilgenommen hat, beim Venus Express und auch die Kontakt zu Heidi Hamel auf dem Kegg-Teleskop hat. Und hier sehen Sie Aufnahmen von mir, die ich 13 Tage nach dem Einschlag 2009 auf dem Jupiter machen konnte. Das erste Bild hier ist eine Farbaufnahme und hier oben dieser dunkle Spott, das ist die Einschlagswolke von dem Asteroid, der 2009 im Juni in Jupiter reingekracht ist. Man braucht nicht nur Farbfilter, sondern man braucht Spezialfilter, wenn man einwandfrei klären will, ob sowas jetzt ein Impact ist oder einfach nur eine neue Oberflächenstruktur. Man braucht einen UV-Filter und man braucht einen Methanbandfilter, hier rechts die Aufnahme mit Methanbandfilter. Da sieht man im Bereich, wo hier diese dunkle Struktur zu sehen ist, eine Aufhellung hier. Und im UV ist diese Region dunkel. Und diese beiden Aufnahmen kombiniert mit einem normalen Grünauszug ergeben hier diese Falschfarbenaufnahme vom Jupiter. Man sieht hier deutlich die hellen Pole, die visuell überhaupt nicht hell sind. Und man sieht hier als Rot sehr, sehr deutlich die thermische Signatur von dem Einschlag, obwohl da jetzt schon 13 Tage vorbei sind. Also obwohl hier Jupiter schon 16 mal, 26 mal um seine Achse rotiert ist und die Winde in der hohen Atmosphäre diese Einschlagsignatur schon stark auseinandergezogen haben. Und mit Bildern, die diese Auflösung erreichen oder noch höher, da darf man sich dann also bei den Profis melden. Ja, die Kinder wurden älter, sind ihre eigenen Wege gegangen, wollten nicht mehr nach Violaum. Und der eine oder andere langjährige Teilnehmer hat dann das Alter erreicht, wo er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kommen konnte. Die Teilnehmerzahl ist geschrumpft und irgendwann waren wir unter einem kritischen Wert. Und auf der Suche nach einem neuen Standort waren wir dann 2013 in der Jugendherberge von St. Andreasberg im Harz. und 2014 auf der Burg Rotenfels in der Nähe von Würzburg. Die Art der Präsentation von Stellwänden mit Postern, Handzeichnungen, die verschob sich natürlich in Richtung Digitaltechnik. Dafür kamen immer mehr Laptops und Steckdosen wurden immer mehr zum Knackpunkt. Da zu Pfingsten natürlich alle Tagungsorte auf Jahre hinaus weg sind, werden zukünftige Tagungen nicht mehr so wie in Violau zu Pfingsten stattfinden, sondern an einem normalen Wochenende, und zwar im Herbst. Da es im Herbst noch relativ wenig Tagungen gibt. Wir werden immer versuchen, Kollisionen mit größeren, anderen Veranstaltungen zu vermeiden. Nur ist es so, dass inzwischen an jedem Wochenende mindestens zwei Events irgendwo in der Republik sind. Also irgendwelche Terminkonflikte gibt es immer, aber wir werden versuchen, große Veranstaltungen wie ATT in Essen, die Messe in Villingen-Schwenningen und Ähnliches nicht zu tangieren. Ich gehöre mit zu den Organisatoren und habe da ein bisschen ein Auge drauf. Das hier sind ein paar Bilder von St. Andreasberg. Da war die Situation sehr ungünstig. Da konnte man die Fenster so gut wie gar nicht verdunkeln. Da gab es rote Vorhänge zum Zuziehen. Da kam aber trotzdem noch sehr, sehr viel Licht durch. Das sieht man hier auf der Aufnahme recht gut. Dort hat Rudolf Hillebrecht einen wirklich hervorragenden Vortrag gehalten. 40 Jahre Jupiter-Beobachtung, ein historischer Rückblick und ein Ausblick oder eine Zusammenfassung, wie sich das Wetter auf Jupiter in diesen 40 Jahren verändert hat, was an langfristigen Veränderungen in der Jupiter-Atmosphäre stattgefunden hat. Es war sehr eng. Der Raum platzte fast aus allen Nähten. Und wir haben dann beschlossen, dass wir das Jahr drauf unbedingt eine andere Veranstaltung brauchen und haben weitergesucht und haben dann die Burg Rotenfels gefunden. In St. Andreasberg konnten wir tagsüber ein bisschen Sonne beobachten. Im Rotenfels leider nicht. Aber in Rotenfels war dafür das Programm etwas gedrängter. Wir haben den Termin auf den Herbst gelegt, waren nur noch zwei Tage, also Samstag, Sonntag. Und für mich persönlich das absolute Highlight sieht man hier auf diesem Bild. Dieses dunkle, braune Zeugs hier. Das ist ein Komet oder ein Asteroid vielmehr, aus dem 3D-Drucker. Da haben nämlich mehrere Beobachtergruppen den die Sternbedeckung verfolgt. Und aus den Sternbedeckungen, aus den Zeitangaben, kann man den Umriss von einem solchen Asteroiden berechnen. Und von der NASA kamen dann noch weitere Daten dazu. Und so hatte man dann irgendwann ein 3D-Modell von diesem Kometen. Und der Kollege Bernd Gerken hat sich die Mühe gemacht und hat das alles für den 3D-Drucker aufbereitet. Und hat diesen Asteroiden ausgedruckt. Und das ist eine sehr schöne Erinnerung, denn an der Messung, an der Bedeckungsmessung, war er beteiligt und hat also dazu beigetragen, dass man die genaue Form von diesem Himmelskörper, der nur 200 und ein paar zerquetschte Meter lang ist, dass man den so genau inzwischen kennt. Die Räumlichkeiten auf der Burg waren auch nicht so ganz optimal. Aber da haben wir uns zumindest mal daraufhin abgestimmt, dass wir zukünftig immer im Herbst unsere Tagung abhalten. Und da wird es für uns jetzt wesentlich einfacher, einen geeigneten Tagungsraum zu finden. Neben dem geeigneten Tagungsraum ist natürlich auch das Tagungsprogramm sehr wichtig. Und da würde ich gerne von Ihnen wissen möchten, was wäre denn für Sie an so einer Tagung, an Programm wichtig, dass Sie da hingehen würden. Was soll man bei Pluto machen? Daten rausfinden, was man ausgefunden hat, wenn Sie schon mal mit dem Kettkontakt haben? Das ist bestimmt was ergeben. Bezogen jetzt auf New Horizon. Okay. Das wird bis zum Herbst vermutlich nicht reichen, denn die Ernährung ist in den nächsten Wochen und das Aufbereiten der Daten dauert etwa neun Monate bis zwölf Monate. Also das schaffen wir nicht bis zur Tagung dieses Jahr im Herbst. Ja gut, aber Bilder, die die NASA alle Nase lang ins Internet stellt, dazu brauche ich nicht zu einer Tagung fahren. Die kann ich mir zu Hause vom Rechner holen. Das ist richtig. Wir müssen aktuell sein. Das Problem ist nur, klar können wir die Bilder zeigen. Nur wenn wir einfach nur Bilder zeigen, ohne Analyse dazu. Ne, das ist nicht mein Job. Ich bin nicht in der Lage, eine bessere Analyse zu machen, wie die NASA-Wissenschaftler, die entsprechende Rechenpower im Hintergrund haben, die da dafür bezahlt werden. Ich bin Amateur. Ich kann Kontakt herstellen, ich kann fragen, nur ich muss warten, bis der Projektmanager sagt, wir haben unser Paper veröffentlicht, jetzt darf ich dir die Informationen geben. Das ist sowohl bei den Amerikanern so, als auch bei uns in Deutschland so. Solange das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, solange die Forscher selber noch an den Daten arbeiten, kriegt man zwar die Rohdaten, die stehen auf der Webseite, aber ich habe nicht die Rechenleistung, die Programme, um eine bessere Analyse zu machen, wie die NASA. Ich kann zwar Bildbearbeitung betreiben, aber da Charon und seine anderen kleinen Brüder an Monden eben so winzig sind, das sind einfach nur ein paar Pixelchen. Da kann man auch mit der besten Bildbearbeitung nicht viel machen. Das ist richtig, wenn wir tatsächlich alle diese Hochleistungsrechner hätten. Man muss ja nicht das ganze Datenbank selbst komplett an diesem PC-Gener bearbeiten, sondern es sind nur so Teile. Ja, das beginnt da damit, dass manche von diesen Rechenalgorithmen patentrechtlich geschützt sind und wir die gar nicht verwenden können. Dekompilieren von derartiger Software ist technisch möglich, aber ich habe keinen Bock, nicht nur mit einem halben Fuß, sondern mit beiden Füßen im Knast zu stehen. Also da sind unsere Rechtsanwälte mit Abmahnungen extrem schnell bei der Sache. Es tut mir leid, es gibt Aufgaben, die kann ich als Amateur und Nicht-Mitarbeiter einer wissenschaftlichen Institution nicht machen. Ich kann verstehen, dass jeder diese Daten gerne hätte und versucht, egal woher, sie zu kriegen. Nur es gibt bestimmte Dinge, die können wir nicht leisten. Es geht nicht. Weil auch wir an Gesetze gebunden sind. Können Sie denn noch auf der Tagung jetzt Profis imitieren? Sie können auch Vorträge anbieten, dass wir es dann auch aus dem Programm haben. Ich finde ich alles selber noch mal, das war keine neue Bilder. Waren Sie denn oder warst du schon mal bei einer Tagung? Okay, also wir haben in der Regel einen Profi, der bei irgendeinem Institut arbeitet und der aus seinem Gebiet einen Fachvortrag hält über irgendwas brandaktuell noch nicht veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt herrscht, so leid es mir tut, Fotoverbot. Weil, wie gesagt, er hat sein Paper noch nicht veröffentlicht und auch Wissenschaftler sind untereinander ein bisschen futterneidisch. Und es ist schon mal passiert, dass Bilder veröffentlicht wurden, bevor er sein Paper geschrieben hat. und dann war der Entdeckerruhm weg. Also das hatte massive Auswirkungen auf sein Gehalt, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und der kommt nie wieder zu uns. Und das spricht sich halt auch in der Forschergemeinschaft rum. Es gibt Dinge, da können die Profis nicht mithalten, weil sie weder die Zeit noch das Material haben. Das ist die kontinuierliche Überwachung der Planeten, um die keine Raumsonde kreist. Wir haben im Moment Cassini, kreist um Saturn. Wir haben New Horizon, die Hallihallo am Pluto vorbeifliegt, aber nicht mehr Macht. Die kann ich anhalten und in die Kreisbahn einschwenken, während weltweit die Amateure jeden Abend die Planeten beobachten. Das Hubble Space Teleskop guckt alle paar Monate mal in Richtung Jupiter, ob der große rote Fleck noch da ist, ob die Monde noch da sind, guckt alle paar Monate mal in Richtung Saturn, ob die Ringe noch da sind, immer dann, wenn der Direktor gerade Bock hat, weil dazu wird nur die Zeit vom Direktor verwendet. Ansonsten ist das Hubble Space Teleskop mit anderen Dingen beschäftigt. In manchen Bereichen sind die Profis sehr froh, wenn von den Amateuren irgendwelche Anregungen kommen, wir haben da was komisches beobachtet, guckt mal nach. Dafür gibt es dann Zeit. Und da kriegen wir dann auch sehr schnell Rückmeldungen. Sollte jetzt im Laufe der nächsten paar Monate wieder ein Einschlag passieren, vielleicht jetzt auf dem Saturn und nicht auf Jupiter, dann würden wir mit Sicherheit auf der Tagung brandaktuelle Bilder zeigen. Nur wenn nichts passiert, dann Irgendwas passiert immer. Und ich habe jetzt die Anregung mitgenommen, dass es ganz aktuelle Sachen sein sollen, habe ich jetzt im Hinterkopf und ich würde mich freuen, wenn weitere Anregungen kommen. Vielleicht auch von jemand anders. Da hinten sitzen auch ein paar Jüngere. Was wäre für euch an so einer Tagung interessant? Das findet immer statt. Das war immer ein Thema. Vorteil von dieser Tagung ist, man bringt zum Beispiel ein Video mit, was man aufgenommen hat, sagt, das habe ich, mein habe ich aufgenommen, aber ich weiß jetzt nicht weiter, was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann setzt man sich hin, zeigt, wie wird es mit Registacks bearbeitet, wie wird es mit Autostacker bearbeitet. Dann macht man gemeinsam verschiedene Bearbeitungsschritte, gibt dir auch Zeit, dass du dir das aufschreibst oder ein paar Screenshots macht und zeigt dir, wie diese Kniffe sind. Da habe ich, Moment, mal gucken. kann man das von hinten erkennen? Das ist Saturn ist dieses Jahr sehr tief, steht zwischen 15 und 20 Grad oder 21 Grad am Horizont, ist also extrem schwierig zu filmen, zu fotografieren. Ich hatte da relativ ruhiges Sehen und man erkennt, ja, hier etwas schlechter, eine fast umlaufende Casini-Teilung. Dieses Video ist schwarz-weiß, weil es ein sogenanntes RAW-Video ist, also ohne Farbinterpolation durch irgendwelche Kamerasoftware vom Hersteller, der sich irgendetwas dabei denkt, aber der kein Amateurastronom ist und der nicht weiß, was wir an Details in den Aufnahmen haben möchten. Das ist also eine möglichst nicht verfremdete Originalaufnahme und aus einer solchen Aufnahme wird mit Autostaggert ein Summenbild erstellt und aus diesem Summenbild kommt dann ein farbiges Bild raus und aus diesem farbigen Bild wird mit weiteren Bearbeitungsschritten geschärft, Kontrast verstärkt, Farben noch ein bisschen korrigiert und am Schluss sieht das dann so aus. und wie man jetzt von diesem Aufnahme Video zu diesem farbigen Bild kommt, das ist eigentlich jedes Jahr wieder Thema auf der Tagung, da gibt es kleine Workshops dazu, wo man seine eigenen Videos mitbringt, die in den Rechner reinschiebt, per USB-Stick oder externer Festplatte und dann gezeigt bekommt, wie man das bearbeitet. Das ist Grundbestandteil, weil das ist tägliche Handwerkszeug in der Planetenbeobachtung und dadurch, dass es immer wieder neue Kameras gibt und dass sich immer wieder Amateure hinsetzen und Programme schreiben, die noch besser sind wie die Vorgängerprogramme, wird da auch immer wieder was Neues gezeigt. Heute Morgen gab es einen Vortrag vom Thorsten über FireCapture. Wir haben auch letztes Jahr auf unserer Tagung FireCapture vorgestellt. Wir werden auch dieses Jahr wieder über FireCapture sprechen. Also, wie man mit dem Handwerkszeug umgeht, das ist definitiv Bestandteil der Tagung. 16. 17. 18. Oktober, am 16. eigentlich nur die Anreise, Freitagnachmittag, Freitagabend, da haben wir ein bisschen kaltes Buffet für diejenigen, die später anreisen und die eigentliche Tagung ist jetzt nur noch Samstag, Sonntag. Samstag, der Einführungsblock, Rückblick auf das, was im vergangenen Jahr passiert ist, an besonderen Ereignissen am Himmel und Ausblick, was kommt in den nächsten Monaten auf uns zu, bis zur nächsten Tagung. Zum Beispiel haben wir nächstes Jahr einen Merkur-Transit. Da ist es nicht dumm, wenn man sich jetzt schon ein bisschen damit beschäftigt, welche Kamera brauche ich, mit der ich die Sonne gut ablichten kann, was brauche ich an Equipment. Ich sollte vielleicht ein bisschen mobil sein, falls von meinem Beobachtungsstandort der Merkur-Transit wegen Wolken nicht zu sehen ist. Da braucht man für solche Ereignisse ein bisschen Vorlaufzeit, um das notwendige Equipment sich auszuleihen, zu beschaffen, wie auch immer, und sich ein paar Beobachtungsplätze in der näheren oder auch weiteren Umgebung mal anzuschauen, mit dem Kompass dort hinzugehen und mal zu gucken, zu simulieren, wie ist in einem halben Jahr der Sonnenstand zu der Zeit, wo dieser Merkur-Transit stattfindet. Behindern mich da Büsche? Passt es mit der Horizontsicht? Alle diese Dinge muss man berücksichtigen. Das sind Sachen, die kann man nicht jetzt aus dem Ärmel schütteln, da muss man ein bisschen Vorbereitung treffen. Also so was wird immer Thema sein auf den Tagungen, wenn so was Besonderes im Laufe der nächsten Zeit stattfindet. Es gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Wünsche zu äußern, ich habe da und da noch ein bisschen Wissensdefizit, was gibt es da an Hilfe, wie kann ich die praktische Beobachtung verbessern? Es gibt auch Beratung, welche Kamera brauche ich oder mit welcher Kamera und meinem Teleskop macht das Sinn? Oder andersrum, ich möchte das und das beobachten, was brauche ich an Hardware dazu? Keiner von uns verkauft Teleskope, keiner von uns verkauft Zubehör, aber wir haben ziemlich viel im Fundus, wir können unter Umständen auch mal einem Anfänger was ausleihen oder zeigen, wie man es benutzt oder auch mal was verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Es ist einfach der Kontakt zu den etwas erfahreneren, damit man selber, gerade für die Neueinsteiger, ein Stückchen vorwärtskommt. So, also ich habe Ihnen jetzt den Saturn gezeigt. Ich werde immer wieder gefragt, mit welchen Wahnsinns Instrumenten ich sowas mache. Was schätzen Sie denn? Internet. Okay, also ich bin die Silvia aus dem Astro-Treff und dieser Saturn ist mit einem 6 Zoll Mac gemacht und mit der ALC CD 5L2C. Also ganz popliche Farbkamera, 2-fach Barlow und den 6 Zoll Mac. Das ist kein Equipment, mit dem man zum armen Mann wird oder zur armen Frau. Das ist auch kein Equipment, wo ich vorher im Sportstudio Muskelaufbau betreiben muss, damit ich das nachts auf die Montierung heben kann. Das ist alles sehr handlich. Steht bei mir auf dem Balkon. Ich habe nur das Problem, dass meine Knie kaputt sind. Ich kann es nicht mehr über die Treppen ins Auto tragen. Was ich vom Balkon aus nicht mehr aufnehmen kann, das findet ohne mich statt. Das ist auch gleich ein weiterer Punkt. Das tollste Teleskop, die beste Kamera nützt überhaupt nichts, wenn ich den inneren Schweinehund nicht überwinden kann und mit dem Giraffe dann auch beobachte. aus der Stadt raus machen. Man muss nicht unbedingt ins Gebirge unter einem 6,5 Mark Himmel fahren. Ich wohne in Ludwigsburg, 80.000 Einwohner Stadt. 50 Meter neben mir ist Industriegebiet, das taghell erleuchtet ist. Gut, ich habe das Glück, dass ich nicht in die Scheinwerfer rein beobachten muss. Aber Planetenbeobachtung ist eigentlich von jedem Fleck aus machbar, egal ob von der Stuttgarter Königsstraße, neben dem Fußballstadion, halt nicht gerade dann, wenn Flutschlicht scheinwerfer eingeschaltet sind, aber ansonsten lässt sich das prima machen. Und wie gesagt, man braucht nicht Equipment für Tausende von Euro. Während Deep Sky Fotografie da in ganz andere Preisklassen ausufern kann. So, ich würde Ihnen gerne noch ein paar andere Videos zeigen. hier ist noch was Aktuelles. auch das ist ein Raw Video, wo man nicht allzu viel sieht im ersten Moment. Können Sie hier den Mond sehen? Oder könnt ihr hier den Mond sehen? Ein bisschen schwierig bei den Lichtverhältnissen hier. Hier ist ein Mond. Der Schatten hier ist der große rote Fleck. Also das ist das typische Stadtseeing und da geht durchaus noch was. 21 Uhr 40 dann gucken wir hier mal. so das ist jetzt nur rumgedreht bis es richtig rum steht. Richtig rum heißt für die Beobachter Süden oben die rein rotierende Seite auf der rechten Seite, die wegrotierende Seite auf der linken Seite, damit man aktuelle Aufnahmen mit Aufnahmen aus früheren Jahrzehnten vergleichen kann, als gezeichnet wurde. Und gezeichnet wurde in der Regel bei langen Linsen Fernrohren und da stand eben alles auf dem Kopf. Und bevor man jetzt hergeht und tausende von alten Zeichnungen digitalisiert und spiegelt oder umdreht, dreht man einfach die modernen Aufnahmen im Computer auf den Kopf und kann sie dann ganz bequem mit den alten Aufnahmen vergleichen. Man sieht hier also sehr schön innen drin den Kern im Auge. Man sieht hier die Wirbelschleppe, diese einzelnen weißen Teilchen hier. Das sind alles Ausbrüche, also da kommt von unten Material nach oben. Kein Profi kann uns bisher sagen, was das ist. Es gibt verschiedene Theorien, dass aufgrund von Vorgängen in der unteren Atmosphäre es lokale Wärmepunkte gibt, wo dann Material nach oben durch die Wärme nach oben ausdehnt und diese Wolkenschichten durchbricht. Dazu müsste man einfach mal wieder eine Sonde Richtung Jupiter schicken und Messungen machen, Messungen auch in der Atmosphäre machen. Es gibt die Raumsonde Juno, die irgendwann mal bei Jupiter ankommen soll und die dann hoffentlich derartige Messungen machen kann, sofern sie ihn trifft. Die Geschichte der menschlichen Raumfahrt ist im Moment noch voller Irrtümer und an Planeten Vorbeiflüge, obwohl eigentlich die Raumsonden hätten einschwenken sollen in den Orbit. Da haben wir noch ein bisschen mit den Kinderkrankheiten zu kämpfen. Vor allem bei Missionen, wo viele Länder beteiligt sind und die einen rechnen in Inch und der Rest der Welt rechnet in Zentimeter und dann gab es Schwierigkeiten zu kapieren, dass die Bremsdüsen nicht mit Inch sondern mit Zentimeter gerechnet sind dann sind halt Raumsonden verloren gegangen. Also wie man solche Bilder bearbeitet ist zentraler Bestandteil einer jeden Tagung und wie man sein Teleskop optimieren kann, wie man ein Teleskop besser justieren kann, wenn er das Teleskop mitbringt zur Tagung findet sich jemand der das macht und der euch zeigt wie es geht. Ich weiß, dass es für manche ein Hemmschuh ist, zu einer Tagung zu gehen, weil man findet ja eigentlich alles im Internet. Nur da muss ich ewig suchen, bis ich den richtigen Suchbegriff gefunden habe. Und der nächste Punkt ist, im Internet steht halt auch viel Schrott. Leute, die ihre eigene Physik erfinden, Leute, die aus philosophischen oder esoterischen Gründen irgendein Sendungsbewusstsein haben und seitenweise Unsinn schreiben. Und es ist für einen Anfänger manchmal schwierig zu erkennen, was hat jetzt Hand und Fuß, was ist tatsächlich Beobachtungspraxis, was ist reale Physik, was ist reale Technik und wo ist die Fantasie mit dem Schreiber durchgegangen. Bei Beiträgen in Internetforen geht das relativ zackig, da kommt innerhalb von wenigen Minuten dann irgendeine Antwort, hey, halt, stopp, jetzt hast dich vergaloppiert, aber wenn irgendeiner seinen Workflow eben nicht im Forum, sondern auf einer Webseite präsentiert und da dabei dann irgendwelche Fehler sich eingeschlichen haben, da widerspricht halt keiner und da ist es für einen Anfänger sehr schwierig zu merken, wo dann jetzt was abdriftet. Das ist also im direkten Gespräch einfacher nachzuvollziehen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Also, wie gesagt, dieses Jahr ist die Tagung auf der Sternwarte Zollernalp, auf der Schwäbischen Alp, aber am anderen Ende der Schwäbischen Alp Richtung Schwarzwald und bei dieser Tagung, da möchte ich Sie ganz herzlich einladen, dass Sie da mal vorbeischauen. Sie müssen auch nicht alle zwei Tage da sein, Sie können, wenn Sie wollen, auch nur für einen Tag mal kommen und reinschnuppern. Das ist jetzt quasi die letzte Gelegenheit hier im Süden, denn in den nächsten Jahren wird diese Tagung deutlich weiter im Norden Deutschlands stattfinden, so Frankfurt bis noch weiter hoch Richtung Kohlenpott Duisburg oder irgendwie sowas. Dieses Jahr haben Sie noch hier in Süddeutschland die Möglichkeit vorbeizuschauen. Ja, so sieht unsere Sternwarte aus, ein großes Gebäude mit einem Vortragssaal, in das nur bestuhlt 60 Leute reingehen, mit Tischen dann eben nur halb so viel, großes Foyer, wo wir was essen können, wo wir auch Gesprächsecken einbauen können, drei Sternwarten kuppeln. So sieht der Vortragsraum aus mit Schallschutzdecke mit perfekt zu verdunkelnden Fenstern und das ist unser Teleskop ein 80 Zentimeter Kassigra mit dem kann man während der Tagung auch mal sofern der Himmel mitmacht Sterne und Planeten angucken und zwar völlig schiet egal ob Tag oder Nacht also da macht Planetenbeobachtung auch am Tag Spaß. So und vorhin habe ich gesagt ich selber arbeite nur mit 6 Zoll und das was ich Ihnen hier zeige das ist Bestandteil meines Vortrags für die diesjährige Tagung dieses Jahr stand Jupiter so dass wir genau auf die Äquatorebene geguckt haben und konnten sehen wie sich die Monde gegenseitig bedeckt haben vor vielen Jahren hat ein Sternfreund bewiesen dass man diese Verfinsterung auf den Monden und auch Details auf den Monden als Amateur hinkriegen kann das war Christopher Go 2009 auf Cebu auf so einer Insel aber der hat C14 dazu verwendet ich habe dieses Jahr einfach mal probiert was mit 6 Zoll geht und das hier sind meine Originalaufnahmen und sie sehen hier also sehr schön den Schatten von Io auf Ganymed das ist eine Animation in 30 Sekunden Schritten deshalb ist mein Jupiter auch ein bisschen verrauscht und nicht ganz so glatt wie ich das gerne hätte aber man erkennt eindeutig wie der Schatten über die Planetenkugel beziehungsweise über die Mondkugel wandert solche Ereignisse kommen alle 6 Jahre vor immer dann wenn wir bedingt durch die beiden unterschiedlich geneigten Umlaufbahnen genau parallel auf die Äquatorebene beim Jupiter schauen dann kann man gegenseitige Bedeckungen und gegenseitige Verfinsterungen bei seinen Monden sehen so und hier haben wir eine gegenseitige Bedeckung wo also ein Mond über den anderen hinüberläuft da war das Seeing nicht mehr ganz so gut aber das sind auch in 30 Sekunden Schritten also jeweils 900 Bilder in 30 Sekunden aufgenommen ne 1200 Bilder in 30 Sekunden aufgenommen ich saß nur da und hab dauernd auf Rekord gedrückt damit ich immer den richtigen Rhythmus hatte und hab dann anschließend lange Zeit gebraucht um diese ganzen einzelnen Videos dann zu Einzelbildern zu verarbeiten die Einzelbilder zu zentrieren und da sich während der Aufnahme die Höhe von Jupiter über dem Horizont verändert hat veränderte sich auch die Durchsicht das ist mein größtes Problem in Großstadtnähe dass eben durch die Lichtglocke und die massive Emission in Form von Staub von Aerosolen sich die Durchsicht je nach Höhe stark ändert und damit die Farben sich verändern damit sich Seeing verändert und um das alles halbwegs gleichmäßig darstellen zu können für diese beiden Animationen die ich hier gezeigt habe habe ich 60 Stunden Arbeitszeit gebraucht aufgenommen war das jeweils in 10 Minuten aber die Arbeitszeit bis die Animation fertig war das waren 60 Stunden und das ist auch die Situation die wir bei der NASA haben aufgenommen sind die Bilder schnell aber man muss hinterher eben auch die Zeit haben um die Bilder zu analysieren und zu bearbeiten so und anmelden kann man sich übers Internet auf unserer Homepage sie müssen einfach nur planetentagung.de eingeben dann kommen sie hier auf diese Seite und dann einfach nur noch auf Anmeldung klicken und dann die Daten eingeben die Tagung selber ist recht preisgünstig wir verlangen dieses Jahr 30 Euro wenn sie sich jetzt schon anmelden sie müssen sich selber nach einer Unterkunft bemühen aber wir haben Empfehlungen ausgesprochen welche Passionen in der Vergangenheit recht gut waren und es ist touristisch ein bisschen dünn also die Sternwarte ist am Arsch der Welt auf gut Schwäbisch da gibt es dann eben auch nicht viele Hotels wo man hingehen kann da gibt es halt ein paar Ferienwohnungen und ein paar Pensionen und die Landschaft ist sehr schön aber wir sind von der Manpower her nicht in der Lage ein Programm für Begleitpersonen aufzustellen also es ist eine reine Tagung für Amateure Begleitpersonen und Kinder eher ungeeignet so dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wenn sie irgendwelche Anregungen haben noch Fragen haben dürfen sie mich gerne jetzt noch löchern oder mir eine E-Mail schreiben Achso ja die Themen die werden von den Referenten bestimmt die wir anschreiben oder die sich von sich aus melden wir können natürlich sagen wir hätten gern noch einen Vortrag zu dem und dem Thema aber wenn sich kein Referent meldet der das Thema beackern möchte dann haben wir halt Pech weil wie gesagt alles Amateure keiner kriegt Geld dafür dass er da was macht und da sind wir eben auf auf die Mitarbeit von den Teilnehmern angewiesen wir haben letztes Jahr angefangen einen Teil der Zeit als Unkonferenz zu gestalten das heißt da gab es kein festes Programm da durfte ganz spontan jeder was bringen was ihm gerade auf der Seele gebrannt hat das wollen wir dieses Jahr auch wieder machen je nachdem wie wir da Erfahrungen sammeln wird das in Zukunft noch ausgeweitet oder auch nicht jeder der mitmacht darf Wünsche äußern Vorschläge bringen sich kreativ austoben man ist aber zu nichts verpflichtet man kann kommen und einfach nur zuhören oder man kann sagen hey das hat mir gefallen und ich habe da was gelernt und nächstes Jahr zeige ich was ich im letzten Jahr gemacht habe ganz wie man möchte so dann bedanke ich mich nochmal applauded und applauded Untertitelung des ZDF, 2020